ARD Text im Auftrag von Funk Über 17.000 Abonnenten Danke für immer viele liebe, nette Kommentare Fürs Gucken der Videos Und auch danke für alle Likes Und vor allem ganz, 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 ganz großes Dankeschön An den kompletten Support von euch Egal auf welchen Wegen, egal wie Vor allem möchten wir da aber einmal die Patreon-Leute loben Die auch namentlich, damit sie in den Videos eingeblendet werden Ich habe das die letzte Zeit gar nicht geschafft Und es wird ein neues Format geben Wo ihr auch alle nochmal gesondert genannt werdet Und jetzt wird es hier richtig strange Fangen wir mit dem an oder mit dem anderen? Vielleicht mit dem anderen? Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen bei Paypal Von Tobias L Punkt Und ich habe das auch fünfmal lesen müssen Weil ich das immer nicht geglaubt habe Das ist echt krass Vielen, vielen lieben Dank dafür Und möchtest du das vorlesen? Wenn du das möchtest Das klingt immer schöner, wenn du vorlesst Das ist ja auch dein Job zu uns Ein wirklicher Ein wirklich sehr guter Kanal Interessanter und vielfältiger Content Immer eine ehrliche Meinung zu diversen Themen Sowas gehört einfach unterstützt Danke für deine Arbeit Weiter so Das hat er nicht nur einfach so geschrieben Sondern bei Paypal Und hat uns einfach mal 50 Euro gesponsert Das ist übertrieben krass 1,30 Euro Gebühr Und flasht mich mega viel Vielen, vielen Dank dafür Deswegen muss das hier separat im Video nochmal gesagt werden Das finde ich voll verrückt Und das lässt auf jeden Fall Unsere Laune ein bisschen steigen Weil wir momentan Nein, also nicht einfach nur Sondern so wie es aussieht Müssen wir halt Doppelflüge buchen Weil unsere Flüge wahrscheinlich nicht stattfinden werden Wir wissen es nicht Und dann ist sowas auf jeden Fall sehr cool Und hilft uns auf jeden Fall weiter Dann kommt noch der Thomas K. Punkt dazu Der das auch bei Paypal in dieser Höhe macht So eine Summe Was übertrieben krass ist Und dann kam heute ein Paket Wo ich nicht wusste Was ich damit anfangen soll Also Ich habe die Schleife gepapierissen Es war halt ein Karton von Keine Adresse Amazon Und ich habe doch nichts bestellt Und dann war dieser Karton da drin Ich so, hä? Das ist deine Geschenk-Kopfackung von Amazon Und dann habe ich das aufgeklappt Und das was da drin steht Da steht auch nochmal in diesem Amazon-Brief drin Und da habe ich gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Ist das eine Bombe? Ich möchte mich dem umreden Aber du kannst doch mal lesen Hi, ich dachte, ich schicke euch mal was Feines für euer Livestream Ist ein kleines Zusatz-Sponsoring für euren tollen Kanal Damit alle euch mal in guter Qualität auch live sehen Grüße aus dem Sauerland Thomas K. Punkt Jetzt dachte ich, was geht denn jetzt ab? Alter Das ist kein Scheiß Das ist alles wirklich so passiert Ich kann es selber nicht glauben Das ist so krass, Alter Ich habe, als ich das aufgemacht habe Ich habe Gänsehaut bekommen Und vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür Das ist übertrieben krass Und wäre gar nicht nötig gewesen Ihr müsst mit schlechter Qualität leben Jetzt kriegt ihr halt gute Qualität Jetzt dürft ihr euch alle beim Thomas bedanken Und im Sauerland hat der auch ein Catering Catering Service Da geht jetzt alle essen Party Service Party Service Beim Chessingen Vlog ist das Logo auch drin Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, wie das genau hieß Scheiße, Entschuldigung Aber eventuell schreibe ich das in die Videobeschreibung Das hat doch, glaube ich, den Namen von ihm, ne? Ja, aber nicht Cluster Catering Service Cluster Party Service heißt das, glaube ich Oder so, ja Ich weiß es nicht mehr Ja, auf jeden Fall das dazu Das wollten wir einfach mal sagen Wir würden uns einfach bei euch allen bedanken Bei den zwei jetzt mal speziell Besonders nochmal extra Weil das ist übertrieben krass Und, ja, wenn du ein bisschen Trinkgeld hier lassen wolltest PayPal Me Link in der Videobeschreibung Oder Patreon werden Und, ja Und wenn nicht, dann reicht das, wenn ihr die Videos guckt Genau Wenn nicht, das ist auch in Ordnung Hier kriegen alle, äh, alles Der ein oder andere Bei Patreon kriegt halt ein paar Infos Früher oder mehr Aber trotzdem kriegt ihr alle am Ende Die gleichen Videos Und, äh, wir freuen uns über jeden Der einfach nur die Videos guckt Und dem das was bringt Dem es dadurch besser geht Der daran Spaß hat Und der daran Freude hat Uns so zu sehen, wie wir Freude haben Oder die das haten möchten Das Gucken wir zu halten Ja Auch für euch sind wir da Ihr müsst ja Feindbilder im Leben haben Tada Ja, einfach nur krass Und, ähm, allgemein danke Für alles, was in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren Passiert ist hier auf dem Kanal Und wie sich das entwickelt hat Das ist richtig krass Und Hat auch viel Arbeit gekostet Aber es hat sehr viel Spaß gewollt Und es hat sich gelohnt Und wir machen das, weil wir Bock haben Und nicht Aus irgendwelchen anderen Gründen Würde ich mal sagen Und ich kann euch sagen Dieses Jahr kommt noch so viel Geiler Konto Das ist unfassbar Hoff ich Aber wir haben auf jeden Fall Bis Saisonende noch viel vor Und dann sage ich mal Nummer eins Sehen wir uns bald nochmal live Wo wird das diese Woche Wahrscheinlich nichts Das war Lexi-Pixi Habe ich auch im ersten Moment gedacht Und, äh, wir sind jetzt, glaube ich, raus Hast du noch was zu sagen? Ne, mein Telefon klingt Da solltest du dran gehen Hallo Ich dachte Ihr seid die coolsten Bis zum nächsten Mal Euer Bro, eure Uschi Die jetzt schon weg ist Vom Rekord Und ich fahre mit dem Aufzug noch runter Das ist ein Bummer Ich habe mich geschnitten Das geht jetzt nicht mehr Geht wohl Das geht es nicht mehr Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal